Willkommen zum ersten Video von Landingpage Cards. Das heutige Thema Expressversand anbieten. Worum geht es denn eigentlich? Wenn du einen Expressversand logistisch anbieten kannst, dann wirst du die ungeduldigen Besucher konvertieren können, die sonst einen anderen Anbieter oder sogar einen physischen Anbieter bevorzugen würden. Ich habe hier ein echtes Beispiel für euch vorbereitet. Ich habe einen Raspberry Pi und aktuell ist er in einer Phase, wo er überhitzt. Das bedeutet, er braucht ein Kühlelement oder einen Lüfter. Das bedeutet, ich brauche es heute. Ich brauche eine Lösung, ein Produkt heute. Ich bin auf Galaxus gelandet. Dort haben sie einen Lüfter, genau den Lüfter, den ich bräuchte. Und den können sie erst morgen liefern. Das ist für mich nicht ganz optimal. Ich brauche den heute. Der ist jetzt bei 80 Grad und muss unbedingt gekühlt werden. Ich habe jetzt mal weitergeschaut, weitergesucht und auf Brack haben sie einen Lüfter. Etwa gleich wie der vorvorhin. Einziger Unterschied, wenn ich ihn jetzt bestelle, dann bekomme ich ihn noch heute, Dienstag, zwischen 9 und 21 Uhr und das ohne Aufpreis. Das bedeutet, sie verschicken mir Express ohne Aufpreis. Ich habe also die Wahl zwischen morgen und heute. Wofür entscheide ich mich? Wofür officially machen. Wofürνεfer? Wofür GOOD Wofür